Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute spielen wir mal wieder eine Runde Bad Wars und ich muss sagen, nach einem Video ist man schon ziemlich knülle und ich habe nämlich gerade noch ein Video vorproduziert, das kommt in, ja, also, das kommt auf jeden Fall vor diesen und, äh, denn ich bin in den Pfingstferien, glaube ich, sind das nicht da, auf jeden Fall in den Tagen, die jetzt kommen, vor dem Wochenende, so zwei Tage, Donnerstag und Freitag, da sind ja nochmal so eine extra Ferientage irgendwie und da bin ich nicht da, deswegen habe ich keine Zeit, irgendwie noch was zu produzieren und, äh, ist Gomme abgestürzt? Lol, ich glaube, Gomme ist abgestürzt, oh, fuck, okay, gut, also, ähm, deswegen habe ich vorproduziert und, äh, ja, gut, mehr auch nicht eigentlich und nice, Gomme, du bist so ein toller Server! So, und, äh, jetzt geht's weiter, wir sind drei in einem Team und die anderen sind, glaube ich, also, ne, die blauen sind vier, die roten sind vier, wir sind nur drei und die grünen sind nur zwei, okay, das könnte ja mal was werden. Ich möchte die Folge auch nicht zu lang machen, weil ich möchte das wirklich noch fertig bekommen, zum Glück hatte ich heute sehr, sehr früh Schluss, weil in meiner Schule, äh, Tests waren, also, ähm, wie nennt man das, äh, Prüfung und da durften alle schon nach der zweiten Stunde gehen, beziehungsweise sogar schon nach einer Stunde, also, nach 60 Minuten, weil da die Lehrer schon da sein mussten irgendwie, äh, und, also, ja, in den Prüfungsräumen oder so und, äh, ich glaube, das sollten wir eigentlich mal zubauen und, äh, ich geb mir mal, warte, ich geb dem mal ein Stack, oder? Ja, ich bau mich auf jeden Fall mal zum Eis rüber und dann, ja, ich müsste mal Fassplitching üben oder so oder Igel oder, was ist schneller? Ich habe keine Ahnung. Äh, 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 alles klar, ich bin grad verwirrt, ich weiß jetzt nicht, okay, gut, äh, dann holen wir uns hier mal das Eis und gehen dann gleich auch zu anderen, äh, Eiseninseln, glaube ich, die geht jetzt da rein, okay, und, äh, schnetzelt erstmal ganz viele, wie es aussieht, obwohl, sie hatten uns Dick, äh, vielleicht sollte ich nicht zusehen, ich bau mich mal zum anderen Eisen rüber und dann werde ich mir mal schnell, äh, ein Schwert craften und vielleicht ein bisschen Rüstung und ich hoffe, dass da jetzt niemand kommt, nö, kommt anscheinend noch niemand, jetzt, nein, okay, gut, und, äh, was ich überraschend finde, ich habe gerade im Moment irgendwie so 30, ne, ich hab, ich hab dauerhaft 60 FPS eigentlich und ich freu mich eigentlich, weil, hä, früher hatte ich einfach nur noch irgendwie nur 40 oder so und ich habe 30 FPS eingestellt, das heißt maximal eigentlich, ja gut, es kann sein, dass Fraps das automatisch macht, das ist dann, äh, die, äh, ja, die maximale Framerate ein bisschen erhöht, aber ich finde, das ist ganz nett und ich hole mir mal jetzt noch ein Schwert hier, das Beste, da hole ich mir gleich zwei, denn meine Teamkameraden brauchen bestimmt auch noch eins, hier, gönnt ihr, und dann werde ich mir noch ein bisschen Rüstung bauen, äh, also so ganz normale Rüstung und dann kann ich eigentlich auch, äh, Fotze, yo, auf jeden Fall, das war ein, äh, sehr, sehr schlechter Versuch und, äh, irgendwie hatte die auch kein Schwert, muss man sagen, das war der Beste, äh, der Beste, wie kann man sowas nennen, Rush, KP und, ja, ich bräuchte noch ein bisschen Essen und dann könnte ich eigentlich direkt rüber gehen, nice, logische Anne, Best Job, ach, immer diese Namen, die von Logo nachgemacht sind, äh, richtig, richtig schlimm und ich, ja, okay, gut, die schießen da schon rein und ich, wow, das wurde, nein, nein, alter, die, die sind ja da, die warten ja da schon, Wand, nice, ah, scheiße, okay, gut, ich musste ein bisschen aufpassen, bevor die kommen, äh, ich stelle mich mal kurz hier rauf, äh, der kommt da, aber, ich hab keinen Bogen, ach, Mann, egal, wenn hier jemand kommt, der wird erstmal zerfetzt und ich lasse es nicht zu, dass hier irgendjemand reinkommt, weil ich echt keinen Bock hab, dass die Runde jetzt schon wieder zu Ende ist so, und ich müsste mir mal ein bisschen mehr besseren Stein holen und dann baue ich das Ganze nochmal ein bisschen besser zu, äh, äh, ja, jetzt so einlegen und schnell alles hier verarbeiten, dann haben wir nochmal elf Bricks, äh, also, oder, ja, Stein eben, so eine, ach Gott, Einstein und das war eigentlich nicht so gut aufgeteilt gerade, oh, die sind da noch, ich dachte, die wären jetzt schon wieder weg so, und ich sollte mal wieder was essen, ey, ich hab richtig Angst, wo ich das jetzt hier reinkomme, ich bin full equipped, also, mir kann eigentlich, äh, naja, ich sag mal lieber nicht zu viel, auf jeden Fall kann mir eigentlich gar nicht mal so viel passieren, ja, ich hab kein Eisen, ähm, was, ich, oh, ne, ich drück immer wie bei, äh, League of Legends, die Enter-Taste mhm, das ist nicht so gut, okay, gut, dann baue ich das jetzt noch ein bisschen weiter hierzu, äh, ich glaube, ich baue hier einfach mal ein bisschen rum sieht aus wie hier Bau, Bau am, äh, Fusch am Bau, einfach hier alles nur zugekleistert, ich bräuchte vielleicht mal eine Spitzhacke die haben wirklich nur einen Bogen, kann das sein? Loll, Alter, die gehen immer weiter vor, Mann, was ist denn das für eine Scheiße, ah, lol, nur noch die Roten und wir leben, nice, oh, Enderperle, 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 äh, nice Okay, gut, der hat's nicht geschafft, ich muss aber raggen, äh, nein, nein, warum, Alter, ich sollte hier vielleicht nicht so rumschreien, Alter, oh, nee, mein ganzes Equip ist weg, scheiße, oh, Junge, ich hab richtig laut rumgeschrien gerade, obwohl das sich jetzt vielleicht nicht für euch so laut angehört hat, aber das war schon etwas lauter, sag ich mal, okay, nicht mehr so laut reden, aber ich müsste mir jetzt mal, ähm, ein bisschen Rüstung holen, äh, warum, warum, äh, äh, schnell weg, ah, das Eisen kriegt ihr nicht, ach, scheiße, äh, okay, GG, 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 kann ich da nur sagen, GG, okay, war echt eine gute Runde von denen, muss man ja auch mal sagen, okay, gut, jo, und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mega freuen über eine Bewertung, schaut auf jeden Fall jetzt hier nochmal bei, äh, bei dem Video, was ich hier gerade einblende, das ist auch ziemlich nice geworden, und, äh, da findet ihr auch noch ein paar Informationen, was ich demnächst machen wollte, denn ich wollte da so ein, ich wollte noch so ein Hardware-Software-Tutorial machen, was man denn braucht, um mit YouTube anzufangen, und das, äh, war eine coole Idee, und, äh, guckt euch auf jeden Fall nochmal das Video an, was ich jetzt, äh, da irgendwie groß verlinke, und, ja, bis zur nächsten Folge, ciao! Ciao!